Willkommen zurück zu Let's Play The Long Dark Oh, ja stimmt, ich hab mich im Dunkeln ausgelockt Am letzten Mal wurden wir ja wunderschön von einem Wolf angegriffen Was unsere Schuhe zerstört hat Wir sind rumgelaufen, haben ein paar Fische gefangen Was natürlich auch wieder vorteilhaft ist Mein Charakter hat Durst Also trinkst du jetzt erstmal die 0,79 Kilogramm Wasser Wir haben Gewehr Munition gefunden, aber kein Gewehr Yay Oder so, auf jeden Fall Diesmal muss ich versuchen, mich Zurück zu meinem Hauptsitz, sag ich mal, zu schlagen Und dabei sollte ich hoffen, dass keine Wölfe mehr auf dem Weg auflauern Ich hasse Wölfe in diesem Spiel Bären sind wahrscheinlich noch mieser Ich habe aber einen Bären im Off-Screen-Spiel mit einem einzigen Schuss gekillt Darauf bin ich immer noch stolz Hm Erstmal hier Das ist ein Toter Wolf Gib her den Mist Ist der andere Wolf da hinten gerade? Oder ist das Ja, das ist ein Reh Den hier habe ich schon durchsucht Aber nicht alles Geil Zunderbündel Unterkühlt Ja, ich weiß, mein lieber Herr Da muss ich jetzt erstmal Das heißt, während ich jetzt ein wenig aufwärme, kann ich aber auch noch kochen Was natürlich zwei Fliegen mit einer Knappe schlägt Nachteil war natürlich, dass ich jetzt in diesem Schneeschuh Angefangen habe, den Wolf auseinander zu nehmen Garen Ah, die Überlastung ist weg Garen Das wird jetzt ein wunderschöner Spaß Zehn Stunden Tageslicht übrig Neun Stunden Das wird auch noch gegart Wie viel Ausbrochenheit ist da? 700 Kilokalorien Alter Bringt einiges das Essen Ausgetrocknet Da kann ich jetzt erstmal wieder Diesmal mache ich aber zwei Liter Schnee Das bringt mir etwas mehr Okay, und jetzt hat mein Charakter Durst Das ist perfekt 2,16 Liter Wasser habe ich Da war ich bereits Oder war ich auf dem Weg dahin Angegriffen Ne, da war ich schon Der Nacht ist natürlich Ich kenne diese ganze Karte nicht Ich weiß, dass das Büro da ist Die Fischhütten da Etwas weiter runter ist Ja, hallo und tschüss Etwas weiter runter ist Eine Bahnschiene Wenn ich der vorgehe, komme ich zu einem gecrashten Zug War ich überhaupt schon bei dem gecrashten Zug? Rätselsee So Zedern passt Zedernholz auseinandernehmen Eine Stunde Zedernholz Zedernholz Zögling Brauche ich Oh, da lag eine gefrorene Leiche Direkt vor meiner Haustür Und ich habe es nicht gemerkt Schade, dass ich die nicht auseinandernehmen kann Also jetzt nicht die Hütte, sondern die Holzplanken Ich habe die Hütte auseinandernehmen Frischer Darm 53% getrocknet So Wo habe ich denn die Gedärme jetzt? Da Ablegen, ablegen Frischer Wolfspelz Sieben Tage muss der trocken Oh, kacke So, mein Charakter hat wieder auch Essen Ausgelaugt und kalt Dagegen Ich hoffe, dass mein Vater da dran geht Augenblick mal Ich hoffe, dass mein Vater da dran geht Untertitelung des ZDF, 2020 Wow! Untertitelung des ZDF, 2020 Wow! Untertitelung des ZDF, 2020 What have we here? Untertitelung des ZDF, 2020 What have we here? Untertitelung des ZDF, 2020 What have we here? What have we here? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 That'll come in handy. Thank you. 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 Oh, 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 Thank you. 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 Thank you, Thank you. I'm going to die. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.